hallo und herzlich willkommen zurück so resident evil village so wir müssen die statuen finden alter was ist mit der los ist ein bisschen sauer jetzt habe ich kein kraut mehr ja dieses treffen was wir haben möchte es beruht aber nur einseitig auf einseitigkeit also nicht auf gegenseitigkeit müsste der schlüssel noch passen ok was blinkt denn da hier findet man aber auch blinkende kristalle nicht nicht gut aber hier geht es weiter das hat man gleich gesehen das liegt hier dann gehen wir mal hier hoch nein man man finde ich nicht gut aus der spalt in kalte luft oh nein und ich habe meine rohrbombe ich brauche meine rohrbombe wieder neustarten ich habe meine rohrbombe und ich habe meine rohrbombe nein keine sorge aber jetzt egal egal komm her alter ich finde es nicht gut du hast es verdient du bist tot nein du bist tot ich gehöre dir nicht aber wirklich eine kranke hexe und rohrbombe lagen ja und die durch so was haben wir noch so drücken wir uns mal durch ich irgendwas muss hier noch sein oh ja den silberring habe ich vergessen ach und jetzt muss ich das noch mal runter schießen so jetzt habe ich ja aber wie kriegt das wieder auf muss ich da wirklich jetzt das kann so nicht verwendet werden schade dann muss ich dich leider noch mal zurück lassen nein du versperst mir den weg alte schachtel ja komm bist du fertig nein ich komme nicht durch du versperst mir den weg jetzt aber alte schachtel dreckige alte schachtel wo ging es denn noch mal in den innenhof finde ich gar nicht gut finde ich gar nicht gut ey dickerchen aufstehen möchte was verkaufen 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 ja das wäre es danke ich habe neue waren für dich besorgt wie wäre es ja 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 ich ich muss jetzt erstmal gucken wie ich das da dran kriege ich habe doch ich habe doch doch gerade ja erweitert das magazin gekauft das habe ich gerade gekauft ach das ist schon automatisch dran ich bin kein fremder ich gehöre doch quasi schon zur familie komm her komm her von der anderen seite verschlossener toll er passt nicht zu diesem schloss ok komm her komm her komm auf wenn sie glänzt sie glänzt sie o wir können glaube ich spiel 1 Bestätigen ok Okay. Oh, ja. Find ich gut. Miedereiserner Schlüssel. Rostriges Teil. Können wir damit vielleicht das Schloss öffnen, was eben nicht gepasst hat. Das wäre doch ganz schön. Nein. Einen Scheiß habe ich. Komm, komm. Ja, er passt. Er passt. Er passt. Beeilung. Bitte, bitte, bitte. Lass mich doch in Ruhe. Scheiß. Du weißt nicht, was ich alles kann. Komm. Entschuldigung. Warum tust du das? Komm. Jetzt aber. Nein. Nicht beißen böse. Böse. Soll ich dir wehtun? Böse. Nein, das ist die Realität. Um dich zu besiegen. Du bist böse. Geht drauf. Ich will nicht sterben. Das musst du aber. Ja, ich auch. Und jetzt sind alle Töchter tot. Ich bin nicht gut. Da würde ich noch nicht lang habe ich hier alles. Alle der Freude. Wir haben die zweite gefunden. Aha. Okay. Lass die fünf Glocken erklingen. Oh, da schwingt auch einer. Ich habe genug Money und genug Zeit. Aber ich habe sie erwischt. Ach, da ist noch einer. Wo? Ach, da draußen ist auch einer. Ach, und hier oben. Also auch. Okay. Und jetzt? Ah, jetzt öffnet sich eine Geheimtür. Das ist aber schick. Schick, schick, schick. Hier geht es nicht lang. Dann müssen wir wohl hier lang. So, hier einmal bitte nach oben. Dann wird man dich loben. Dann wird man dich loben. Schatzkarte. Eine Schatzkarte. Ein Kraut. Eine Leiche. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, dass man den Dolch der Todesblume nennt. Okay. Anscheinend handelt es sich um ein Stück aus der Mitte. Alter, das war deine Gebäude. So. Okay. Nein. Nicht im Ernst. Ich habe... Oh Mann. So. Ei. Oh, alt. Check. Dankeschön. Oh. Dietrich. Dann war ein Schatzschützengewehr. Oh. Oh, Vögel. Oh. Oh. Oh, Vögel. Oh. ein erfolg bekommt kunstschuss besiegen sie im modus einen gegner mit dem scharfschützengewehr na kommt dann lasst es halt bleiben ich würde euch gerne vernichten naja egal jetzt auf einmal funktioniert der fahrstuhl ok das lassen wir einfach mal so stehen so jetzt sind wir hier unten angekommen ja schick wenn uns noch zwei der figuren ich merke stets ein treuer kunde war es konnte ich meinen service erweitern ja ich gucke aber erstmal muss ich gucken dass ich was los 20.000 aber nee das brauche ich erstmal selber wofür ist das während der europa nein was ist das würde ich wissen nehmen wir perfekt jetzt setzen wir schnell die zweite puppe ein die Maske passt nicht perfekt die zukünftigen Erbenen des Hauses die Mitrescu vernichtet ja 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 und damit würde ich den Part an dieser Stelle beenden sorry für das viele Hufen in diesem Part wir haben alle Töchter besiegt war doch mal eine erfolgreiche Folge vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal ciao